das ist der universal fuchs beller universal deshalb ich kann den fuchs anbellen und ich kann auch mit der anderen seite so von einem jungen hasen die klage machen also ja es wichtig ist die luft ansaugen ich mache es mal vor und immer so antworten wie der fuchs auch bellt und die andere seite ein klang so echt wie die natur holz und platin vernetzte silikonringe bringen den natürlichen klang für den erfolg bei der jagd perfektion durch erfahrung 40 jahre lang habe ich alle lockere instrumente optimiert um sie den hohen anforderungen der lockt anzupassen ausgereifte instrumente alle meine erfahrungen habe ich in die fertigung eingebracht so dass nichts mehr geändert werden braucht 60 jahre lockt erfahrung in ihrer tasche